Musik Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im Allerheiligsten Sakrament des Altares. Vor nun ein bisschen Ewigkeit. So wollen wir jetzt miteinander den ersten Tag der Novene wieder beten, der Hingabe Novene. Gebt euch ganz mir hin. Ich hoffe, es wird euch nicht langsam zu langweilig, aber wir wollen es doch lernen, uns ihm ganz hinzugeben, ihm zu vertrauen. Warum lasst ihr euch so leicht beunruhigen und verwirren? Überlasst es mir, mich um eure Angelegenheiten zu kümmern und alles wird sich beruhigen. Ich versichere euch, dass jeder Akt der aufrichtigen, blinden und vollkommenen Hingabe an mich das bewirkt, was ihr ersehnt und eure dornenvollen Situationen löst. Sich mir hingeben bedeutet nicht, sich den Kopf zerbrechen, sich beunruhigen und verzweifeln, um dann ein erregtes Gebet an mich zu richten, damit ich das tue, was ihr wollt und ich so die Aufregung in Gebet verwandle. Sich hingeben bedeutet, die Augen der Seele ruhig schließen, sich von den quälenden Gedanken abwenden und, damit ich allein wirke, sich mir überlassen, indem er sagt, Sorge du. Und das wollen wir jetzt wieder schlicht und einfach machen. Und vergesst es nicht, der neunte Tag heißt es ja, Merkt es euch gut, es gibt keine wirksamere Novene als diese. O Jesus, ich gebe mich dir hin, Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin, Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. sage Du, O Jesus, ich vertraue auf Dich, sage Du, O Jesus, ich vertraue auf Dich, sage Du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach Deinem Herzen, O Jesus, ich gebe mich Dir hin, sage Du, O Jesus, ich gebe mich Dir hin, sage Du, O Jesus, ich gebe mich Dir hin, sage Du. O Jesus, ich gebe mich Dir hin, sage Du, O Jesus, ich gebe mich Dir hin, sage Du. Und ich werde sorgen, Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 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 Amen.